jetzt haben wir baby doll dabei also immer bei mir bleiben ich hab effekte auf euch. ich hab auch effekte. ich hab auch effekte. volle kanne. dann reparieren wir das ganze ding. du kannst die luft zum stinken. machen richtig taktisch ja das ist schön wenn du alles taktisch machen willst aber wenn ihr komplett wo anders seid, wieso nicht taktisch? dann ist die taktisch final. vor allem wenn du neben dem boss, neben dem killer gleich spawnst. ich will eine kettensäge. ich spiel jetzt nur noch den killer. komm ich will jetzt erstens nicht neben dem neben den killer dingsen und spawnen und zweitens will ich direkt neben einen von euch. ah da ist einer. da ist einer. ich weiß aber nicht wer es ist. irgendein mädel. also hier sind alle zusammen hier. wir sind alle hier. hi. ne silke nicht. silke nicht. silke ist alleine. so generator ist hier. ich hör aber so komische musik schon. oh. oh er kommt. aua. natürlich ich als erstes. geh weg. jetzt hab ich die heilung nicht. hier ist eine palette rechts von dir. wer war denn das? der da. stehst du doch direkt neben mir oder nicht. hilfe. der ist schnell der killer. er ist weg. ich bin ausgeblutet und liegt jetzt auf dem boden. scheiße. ja ich bin in deiner nähe. warte. ist ja noch voll schief gegangen. äh was ist mit mir passiert. ich bin auch ausgeblutet. ach deshalb. ich bin auch ausgeblutet. ich kann mich nicht mehr bewegen. wo ist der hin? ich liege neben nils. also er hängt. ich liege. ach da. ja. ey das ist eine geile runde. die wird gut. nimm erstmal nils runter. ich recover gerade. aber er hat den anderen auch. die andere hat er auch. ich bin doch bei euch. es wird eventuell wirklich eine schnelle runde. wenn er mich sieht wird es echt eine schnelle runde. ich habe ihn runter geholt. nein du sollst mich nicht schlagen. scheiße. ja leck mich ey man ey. nein. oh fuck ey. aua. scheiße ich bin abgerutscht. wir müssen mal weg hier. das ist ein scheiß Eck hier. lass uns mal abbauen. ich hab mich so schön ins gras gesetzt. ich geh gerade zu der mauer. was auf der ist hinter dir her. ja geil ey. was ist das doch für ein arsch. das ist natürlich wieder schon wieder. nein ey. oh leck mich ehrlich. ja wir sind aber auch so schön. alle zusammen. einer ist sich hinten am heilen. bist du das? ne. das ist der andere ne. ach ich habe vergessen mich zu wehren. fuck 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 fuck. denk mich auf. denk mich auf. jetzt warte ich krabbel zu dir. ich hab schon eine total wunderschnelle. der kommt zu euch. also zu. ja. zu euch. scheiße. der andere ist sich noch am heilen. ich hätte nicht direkt zu euch laufen sollen glaube ich. oh er hat dich. ja. aber der hier ist gesetzt. der hakel. aber der wird mich still nicht hin. ich weiß nicht was mit dem ist. der sieht uns auch. der holt mich. der holt mich. ne den einen sieht er nicht. der liegt hier. oh fuck 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 fuck. hei. hei. scheiße. ist wieder hinter mir her. oh fuck 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 fuck. nein. ich hab mich geopfert. damit der die eine nicht sieht. ja ich bin gleich tot. ich hab mich geopfert. jetzt steht nicht auf. hör auf da rum zu krabbeln. das geht nicht. stell dich nicht so an. nein. ich bin tot. ich bin tot. er kommt zu euch glaube ich. ich bin tot. fack 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 fack. ist dass ich dein finger so dermaßen will. oh scheiße. hau drauf als ob es um dein leben ginge. also es geht ja mein leben aber. man ey. es kommt aber auch keiner mich stress. ich hattel sie. wer is das? hat er dich schon wieder oder was? ja ich häng ich bin gleich tot. ich hätte sich aber ich kann nicht mehr lassen zusammenstehen ja lass uns in die nein die geht nicht da runter warum gehst du da runter da bist du doch freiwillig ich bin tot wie du bist tot ich bin tot wahrscheinlich sowieso freiwillig wir sind alle am bluten ich höre ihn ja es war nicht die beste idee ok fehler fehler aber wo scheiße ich bin irgendwo bei einem von euch nein ich habe von mich ich will nicht zu euch laufen und ein lauf doch nicht immer meine richtung was ich will ich gar nichts mehr aber ich hasse diese perspektive wieso kann diese verkappte steuerung nicht wenn man nach oben drückt nach oben gehen und wenn man nach unten drückt nach unten der läuft irgendjemand hinterher richtung laues ding da ich glaube ich wollte gerade noch einer ich bin nicht mehr da ich bin ich bin dieser welt komm mal schneller ich will zu gucken los ich guck gerade erleichtert sich schatz du kommst hinterher das finde ich aber sehr ehelig von dir er lässt sich liegen was jetzt was ich kriege ich krabbel weg ich krabbel nicht tot gewesen gott der andere nein der sieht dich doch der sieht dich doch aber ich habe im längsten überlebt vielleicht ja und ich habe nicht einmal mit euch zusammen hier ja wir haben ja gar nichts gemacht wir sind sofort hier ihr werdet sich nicht beweg dich nicht beweg dich nicht beweg dich nicht obwohl er hat dich wahrscheinlich eh schon gesehen na scheiße ey wieso sieht der einen wickel 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 rum wickel 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 Ah, ne, warte mal. Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie das ist. Und sie kämpft noch. Sie kämpft noch ums Überleben. Mann, ey, das war ne scheiß Runde. Die war echt kacke. Wir sind gerade gespottet, da kam der schon. Ja, vor allen Dingen, die kommen immer nur dann, wenn wir alle vier zusammen sind. Ja, komischerweise. Das ist irgendwie... Ja, es ist auch so, als wenn die wüssten, dass du da spawnst. Kämpf weiter, Babydoll. Mach's für mich, damit du mehr Punkte bekommst. Aber ich glaube, der hat doch irgendeinen Perk dabei. Ich kann auch nicht. Ne, wenn ich das richtig sehe, ich glaube, der hat auch einen Perk dabei. Ja, ich glaube. Da entfleucht sie auch, dieser Welt. Seid ihr draußen? Ich guck mal gerade meine Blutpunkte an. Ja, ich hab die ja. Ich bin draußen. Boah, Bonusopfergaben. Also dadurch hab ich doch noch einen guten Bonus bekommen. Komm, wir können mal noch ein Wander. Ein viertel Level bräuchte ich noch. Boah, der hat aber auch sowas von viele Perkse. Boah, das ist ein Wander, das ist ein Wander, das ist ein Wander. Das ist ein Wander, das ist ein Wander. Vielen Dank.